Hallo und herzlich willkommen zum Video-Tutorial, diesmal über Erfolgskonten. Die sind aufgeteilt in Aufwand- und Ertragskonten. Erfolgskonten sind Unterkonten des Eigenkapitals. Bis jetzt waren ja im Eigenkapitalkonto kaum Bewegungen. Wir hatten immer einen Anfangsbestand. Und da keine weiteren Kontobewegungen stattgefunden haben, haben wir das Konto dann entsprechend gleich mit dem Schlussbestand wieder abgeschlossen. Jetzt gibt es neue Kontenkategorien, die sogenannten Erfolgskonten. Die sind aufgeteilt in Aufwandskonten, in Ertragskonten. Und dann gibt es noch ein Konto, das Gewinn- und Verlustkonto, wo praktisch die Aufwand- und Ertragskonten abgeschlossen werden. Was trägt man jetzt hier praktisch ein? Also in den Aufwandskonten, auf der Soll-Seite, da kommen zum Beispiel die Löhne rein, oder man muss Miete zahlen, oder man hat Reparaturen. Das Ganze wird im Soll verbucht. Bei den Ertragskonten, zum Beispiel Verkaufserlöse, oder wir haben selbst Wohnraum vermietet und bekommen Mieteinnahmen. Oder wir bekommen von der Bank Zinsen gutgeschrieben. Dann buchen wir das Ganze im Haben bei den Ertragskonten. Auf der gegenüberliegenden Seite ergibt sich dann nur ein Saldo. Und dieser Saldo wird dann entsprechend auf das Gewinn- und Verlustkonto abgeschlossen. Aufpassen, bei einer Aufwandsbuchung muss das Gegenkonto beim Bestandskonto immer dann im Haben erfolgen. Und bei den Ertragskonten ist die Gegenbuchung bei den Erträgen im Soll zu setzen. Gut, je nachdem, wie das Gewinn- und Verlustkonto abschneidet, also wenn man dann den Saldo ausrechnet, wenn der sich einem Soll ergibt, dann spricht man von einem Gewinn. Dieser Gewinn wird dann in das Haben vom Eigenkapital übertragen. Und hier sprechen wir dann von einer Mehrung. Falls sich der Saldo auf der Haben-Seite vom Gewinn- und Verlustkonto errechnet, haben wir hier einen Verlust. Und dieser Verlust wird auf der Soll-Seite im Eigenkapitalkonto verrechnet und mindert dann das Eigenkapital. Also wir merken uns, die Ertragskonten, die mehren unser Kapital und die Aufwendungen, die mindern das Ganze. Schauen wir uns das mal ganz konkret an. Wir haben hier eine Gehaltszahlung an die Mitarbeiter für 2.000 Euro. Das heißt, ich habe hier einen Personalaufwand von 2.000 Euro. Und das Ganze geht natürlich von der Bank weg. Beim nächsten Fall haben wir hier einen... Beim nächsten Fall haben wir hier einen Warenverkauf auf Rechnung. Das bedeutet, die Verkaufserlöse, die mehren sich um diese 3.000 Euro. Und die Forderungen, die nehmen natürlich auch zu, weil wir das Geld noch nicht sofort bekommen haben. Und das ist die entsprechende Gegenbuchung. Ja, im dritten Fall, wir müssen Miete für Büroräume bezahlen, tragen wir beim Mietaufwand 1.000 Euro ein. Und die Gegenbuchung erfolgt im Bestandskonto bei der Bank, weil das Geld ja praktisch hier vom Bank. Hier beim letzten Fall, hier bekommen wir Zinsen von der Bank gutgeschrieben. Das bedeutet, wir haben hier einen Zinsertrag. Wir buchen in Haben. Also viertens 500 Euro werden uns gutgeschrieben. Und wir bekommen dieses Geld ins Soll auf die Bank. Und jetzt werden sämtliche Konten abgeschlossen. Also als erstes werden sämtliche Aufwand- und Ertragskonten abgeschlossen. Das bedeutet, wir haben jetzt hier als Gegenkonto immer das G&V-Konto. 2.000, G&V 1.000 und hier ebenfalls G&V als Gegenkonto haben wir hier 3.000 und hier auch G&V haben wir hier 500 Euro. Gut, dieser Saldo liegt hier im Haben. Und wenn er übertragen werden muss, dann wird es praktisch in Soll übertragen. Das bedeutet, wir haben hier den Personalaufwand mit 2.000 Euro. Dann Miete haben wir hier 1.000 Euro. Und hier ebenfalls von Soll nach Haben übertragen, haben wir hier die Verkaufserlöse mit 3.000 Euro. Und die Zinsen mit 500 Euro. So, wenn man jetzt dieses Konto abschließen möchte, die verhältnismäßig größere Seite ist im Haben. Das bedeutet, wir haben hier also 3.500. Und um hier wieder auf 3.500 zu kommen, hier oben haben wir 3.000, brauchen wir hier noch die 500. Und dann spricht man von einem Gewinn. Und dieser Gewinn hier, diese 500 Euro, wir sind hier wieder im Soll, die werden dann ins Haben im Eigenkapitalkonto übertragen. Also hier kommen dann die 500 Euro vom Gewinn- und Verlustkonto dazu. Und wenn man jetzt das Eigenkapitalkonto abschließt, dann haben wir hier 3.500, hier ebenfalls 3.500. Und der Schlussbestand, der dann ins Schlussbilanzkonto übertragen wird, ist dann 3.500. Ja, nehmen wir mal an, wir hätten jetzt nicht 3.000 Euro an Verkäufen gehabt, sondern nur 1.000 Euro. Damit ergibt sich auf der Haben-Seite ein Betrag von 1.500 Euro. Der ist verhältnismäßig kleiner als auf der Soll-Seite. Da haben wir 3.000 Euro. Das bedeutet, wir haben hier als Bilanzsumme 3.000 Euro. Und das bedeutet, um hier wieder auf 3.000 Euro zu kommen, brauchen wir als Saldo 1.500. Und dieser Betrag wird dann im Eigenkapital in die Soll-Seite gebucht. Das heißt, wir haben hier das Gegenkonto, G&V, 1.500 Euro. Und dieser Verlust schmälert natürlich das Eigenkapital, sodass wir einen Schlussbestand von 1.500 Euro haben. Und diese 1.500 Euro, die werden dann ins Schlussbilanzkonto wieder eingetragen.